Viele Eigentümer fragen sich, was ist meine Immobilie im Moment eigentlich wert? Diese Frage ist ohne Markterfahrung gar nicht so leicht zu beantworten. Denn jede Immobilie hat ihre individuellen Merkmale, die auch ein Profi nur bei einer Besichtigung vor Ort richtig einschätzen kann. Deshalb können Vergleiche mit Immobilien in der Nachbarschaft zu ungenauen Werten führen. Denn der Wert einer Immobilie hängt von vielen Faktoren ab. Zu den wichtigsten zählen die Lage, Grundstücksgröße, Art der Immobilie, Ausstattungsstandard, Wohnfläche und Baujahr. Aber auch Renovierungen oder bauliche Veränderungen, die Marktlage sowie individuelle Besonderheiten wirken auf den Preis ein. Wir als Qualitätsmakler machen es so. Für die Bewertung gibt es drei Verfahren. Je nach Art der Immobilie wird das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren oder das Ertragswertverfahren angewandt. Am häufigsten kommt das Vergleichswertverfahren zum Einsatz. Zum Beispiel bei Einfamilienhäusern und Grundstücken. Da wir als lokale Qualitätsmakler den Markt bestens kennen, fällt es uns leicht zu ermitteln, welcher Preis für Ihre Immobilie marktgerecht ist. Sie möchten Ihre Immobilie professionell bewerten lassen? Kontaktieren Sie uns jetzt!